Wer will, wer, wer will, wer noch nicht nehmen? Ey, schreib mal nicht so schnell, ich komm immer mit hier! Meiner, ja warum wurde es eingeladen? Pfff! 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 Wir können in deine Liste und laden auch weg ein, hier, los! Dann ist keiner da! Ich bin hier ein paar Leute eingeladen, aber kommt keiner! Du? Kleinkinder! Krusty! Krusty! Hörst Krusty! Da gehen sie alle, ey, die Schweine! Haben wir Köln auch Schwein geladen? Köln ist gar nicht mal Unterschwein und sowas! Das ist halt auch kaum Köln, ey! Oder Feiken, der muss deine Farben! Ich liebe dich doch! Guck mal, da ist doch noch Köln! Köln, der redet doch noch mit denen! Oder schläft mit ihm, oder wie auch immer! Ja, aber hier ins Team ist er nicht mehr da, glaub ich! Vor 3 Minuten ist meinung! Seid abgehauen! Ja, wer weiß was, wenn man den macht hier! Ja, da! Die vernaschen sich... Die vernaschen sich gegenseitig, glaub ich, da! Ja! Oh Mann, verschießt doch, dass er seine... Verschießt doch, dass er seine... Verschießt doch, dass er seine Mama und die hat gesagt, geh jetzt schlafen! Ich merk alles, wenn du jetzt redest nochmal! Ja... Ich glaube, dass ist die Mama, die hat auch TeamSpeak! Ich sehe, ja, ja, ja... Was will was hier denn was, ne? Ah, ja... Ich schlauß! Gfl... Hild! Was ist mi Hild? Hild, was hild? Was soll ich da stellen? Das ist schwul. Hau uns alle ab, wir wollen hinladen, wir wollen einladen werden. Neue Einladung schicken wir vor dir. Die dürfen nicht gehen. Kurt ist voll süß, ich meinte Penny, ich liebe Shisha, ich dich auch. Schreibt sie mir, warum ladet ihr mich ein? Ich antworte ihn nicht, ich lad ihn trotzdem ein. Krust, Jack Norris. Aha, ist geil. Hey. Bist voll high, Alter. Ja. 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 Ich komm immer füß hier. Wer schneller. Faddy, faddy, wie kannst du das noch mal reinschreien? Faddy, 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 schieb da nur. Hör ich noch davor? Hör ich noch davor. Ja die gehen nicht. Ok jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Wie. Es geht gar nichts mehr. Ich kann ja nicht schreiben, Mann. Ich auch nicht. Ach, das war langweilig, ne? Wir haben Steam kaputt gemacht. Guck mal, wie viel geschrieben haben in paar Sekunden. Oh, Mann. Scheiße, ich kann auch nicht mehr. Ja. Guck mal, bevor ich's beginne. Hallo? Hey, was geht? Hallo? 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 Hey? Gleifchen, was geht, Alter? Hallo? Hallo? Kann man schon reden? Hallo? Cool. Lutsch die Gombie rein hier, los. Mach raus den Scheiß, hätt sich voll schwul an hier. Boah. Scheiße. Weg damit. Hau ab. Hau ab. Ben, Ben. Ben, geht nicht, Ben, die Scheiße. Mach mal, du Ben. Ja, es geht wieder. 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 Ich kann nicht schreiben. Oh, es geht schon. Doch, da, es geht. Es geht. Ja? Ja? Na gut, doch. Gib mich mal neu ein. Nein. Bei mir geht gar nichts hier. Es geht gar nichts vor an der Orkse. Oh, was geht jetzt ab? Ich glaube, es löst sich mein PC auf. Wenn die Verbindung zu 7 unterbrochen wurde, nehmen wir automatisch einen Teil wieder blablabla. Geht nicht, ich kann immer nicht schreiben. Die haben den kaputt gemacht. Ja. Es ist keiner mehr drin hier. Was ist denn los hier? Komm mal hier rein hier. Was ist denn los? Auktion fehlgeschlagen. Gut nicht eingeladen werden. Na, jetzt wäre ich auch groß. Das schnauze voll. Lucy, erzähl mal was. Ne. Da fühlst du ja mal was. So gute Orne habe ich auch nicht, Alter. So gute Orne habe ich auch nicht, Alter. Ihr sollt nicht toll nachmachen. Red mal wer hier. Warte. Ja. Ey, er riecht sich immer nicht wieder ein, ey. Übelst, übelst, übelst. Ich habe genug Hoffnung, glaube ich, hier, ey. Es reicht erst mal. Mal anhören den Scheiß. Guck mal, was ich so zurecht gelabert habe. Meine Stimme ist übel. Muss ich mal einziehen, ey. Ich schick das morgen, ey. Ich bin aber weg, ne. Aber ehrlich. Ja. Haut rein, ey. Und klick mal das morgen, was wir aufgenommen haben, Lucy. Bei ICQ. Wie müssen wir es mal reinziehen. Klar. Logisch. Hau rein, ne, Alter. Ja, okay, auch einen Tod, ne. Ja, okay, tschau, ne. Ja, tschau, tschau, tschau. Bring mal Köln zum Reden. Ah, nee. Der ist mit seinen Freunden da. Wie ist das? Du weißt schon. Am, am, ja, von hinten. Am schlafen. Ja, ja, ich bin nicht auf ehrlich weg, Alter. Wieso komm ich morgen nicht aus dem Bett? Ja, okay, auch so, ne. Tschau, tschau. Hau rein. Jau. 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 Da, ihr left. Hahaha. Hahaha. Oh my god, wir sind nicht da. Hahaha. Ich bin nicht da. Es ist nicht da, aber. Ich bin eine Lehre, keine Augen. Hahaha. Hahaha. Hehehehe Hmm... Arnner... Geh... Das war's für heute.